Wir als Kicker haben uns ja schon seit einiger Zeit auch zum Medienhaus entwickelt. Klar, unsere größte Kernkompetenz ist und bleibt natürlich auch der Fußball. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. Aber gerade auf unseren digitalen Plattformen bieten wir ja auch durchaus viel mehr an als Fußball. Fast alle erdenklichen anderen Sportarten. Und da spielt auch der Football natürlich eine große Rolle. Bei uns in der Redaktion ist das Thema ohnehin schon immer sehr beliebt. Und deswegen, als ich mit Daniel darüber gesprochen hatte, über die Möglichkeit, da irgendwie zusammenzuarbeiten, hat sich das für alle gleich sehr gut angefühlt und angehört. Und dann, dass da jetzt so schnell was daraus entstanden ist, hat uns auch alle sehr gefreut. Von uns, vom Kicker, ist ja auch immer jemand dabei. Damit wollen wir natürlich auch so ein bisschen zeigen, dass wir uns durchaus auch in anderen Bereichen als im Fußball auskennen. Und das hoffen wir dann auch zu tun im Podcast. Vielen Dank.